Hallöchen und willkommen zurück zu The Walking Dead, wo wir einfach immer noch hier mit dem toten Larry in der Kühlkammer eingesperrt sind und einen Weg nach draußen suchen. Das ist doch weg, oder? Ach, irgendjemand muss doch was haben, oder? Nee, dann brauchen wir irgendwas. Ja gut, viel wird es dir nicht zu holen geben, ne? Wir könnten höchstens die Leute mal fragen. Irgendjemand eine Münze hat. Oh nein, ich glaube, sie hat bestimmt eine, oder? Ja, ja. Ich glaube, sie hat zu denken, dass du deine eigene Leben schaffst. Das ist das, was er wollte. Ich glaube, dass ich einen Weg aus dem Weg herauskennen habe. Aber ich brauche etwas, um die Schrauben auf dem Kühlschrank zu entfernen. Wenn du etwas, was ich als Schrauben verwenden könnte, oder eine Kühle, oder etwas? Nein. Oh, no, stimmt. Er hatte doch auch gesagt, ja, er zahlt uns 60 Penny oder so, 60 Cent. Okay, scheinbar nicht. Oh, Mist. Für gewöhnlich Hosentasche, ne? Hey, ja, guck doch da rein. Och, Idiot. Ich habe mein Kleingeld in meinem Portemonnaie. Marie. Meine Mutter. Nichts Wörter, ich nehme es nicht. Hier geht's. Due Quarters und ein Dime. Na, ein Münzchen wird wohl passen, oder? Ich muss nur diese Schrauben entfernen und diese Unite entfernen. Ja? Wollte ich jetzt machen. Mal hier und dann, so. Mhm. Du nervt mich jetzt nicht, Kumpel. Du hast nichts Produktives beigetragen. Da passen wir doch nicht durch, genau. Aber, äh, Clementine. Clementine kann durchführen. Sieht, wie es wahrscheinlich direkt in die Rückruppe führen wird. Du musst das nicht tun. Ah, doch, du schaffst das. Ich weiß, du bist genug. Ich bin schaust. Erinnerst du das Baumhaus? Du hast es für Tage gehalten. Und ich habe dein Leben schaffst. Ja, das ist richtig. Okay. Du schaffst das. Oh, das muss so schwierig sein für die Kurze. Du wirst alles gut sein. Was mache ich, wenn ich rauskomme? Schau, ob du auf der anderen Seite der Tür gehst und es öffnest. Oh, jetzt können wir nur hoffen. Beten und hoffen und weiß ich nicht was. Oh, nee. Wenn die die erwischen, ist es vorbei. Jetzt ist er wirklich beleidigt? Oh Gott. Ja, lecker. Ja, lecker. Was hat Kenny denn jetzt vor? Ja, ich habe dir doch auch geglaubt. Was willst du von mir? Können wir irgendwie eine Waffe einstecken? Ich habe da eine Sichel gesehen. Muss ja so nah über dem Boden kriechen, nur um zu sagen. Okay. Ja, die sollten wir auf jeden Fall behalten. Was haben wir hier? Heuhaken? Ach so. Nee, nee. Ich möchte aber meine Sichel behalten. Nee, nicht das Blut. Genau. Sichel. Gibt das. Die ist spitz und scharf. Ich glaube, die ist besser. Gehrungssäge. Die sind hungrig, würde ich sagen. Ja, das tut mir auch leid. Aber was soll ich denn machen? Sonst wären wir ja gar nicht da rausgekommen. Viehtreibstab? Oh, ist der mit Strom? Ja. Ja, okay. Dann nehmen wir den. Komm, bevor ich jetzt hier noch 10 Millionen mal rumtausche, nehmen wir den. Wanne voller Blut. Oh, mhm. Ja, weiß ich doch. Ach, Kenny. Was bringt das denn, wenn er jetzt stirbt, bei dem Versuch, seine Familie zu retten? Gar nichts. Aber so weit denkt der Herr ja nicht. Okay, ganz leise jetzt. Oh, das war knapp. Können wir da irgendwas machen? Können wir hier drin irgendwas machen? Was machen wir jetzt? Oh, ist jetzt... Ja, mach ich doch. Guck doch selber, Mann, wenn du unzufrieden bist mit mir. Ja, ich kann nichts machen. Ich gucke, ich gucke, ich gucke. Weiß ich nicht, weil ich nicht sehen kann, Kenny. Guck doch selber. Was ist da? Nichts. Ich kann auch nirgendwo anders gucken, ne? Und jetzt nochmal? Oh, shit. Oh. Upsi. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Kenny, mach doch was. Ja, oder so. Nice. Oh, das fand ich gut. Du hast mir nicht geholfen, du Arsch. Kenny ist ein kleiner Feigling. So sieht es nämlich aus. Warum hast du die Alte umgebracht? Ja. Ja. Nee, machen wir auch nicht. Nein, wir sind besser als die. Nein, ich möchte ein gutes Beispiel für Clementine sein. So, Kenny, oder? Dankeschön. Nee, soll er doch da verrötten. Wenn wir uns nicht gerade unbedingt selbst verteidigen müssen, dann bringen wir keinen um. Schon gar nicht jemanden, der da wehrlos ist. Hä, steht da gerade nicht jemand? Habe ich Halluzinationen, ja? Oh, und wir haben den Generator kaputt gemacht, ne? Also hat der Zaun keinen Strom. Hä? Achso. Sie haben uns angegriffen. Nee, erstmal nur, wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Ach man, schleichen ist doch nicht mein Ding. Oh, je. Aber wir haben jetzt ja auch nur einen Weg, ne? Ja. Nix, let go, woman. Oh, ja, ja. Ja, ist mir? Mist. Hätte ja klappen können. Oh, shit. Ich glaube, jetzt müssen wir uns beeilen, oder? Oh nein, oh nein, oh nein. Kann ich was machen? Als ob, nein, mach ich nicht. Aber ich habe keine Wahl. Ich kann hier Penis an den Kopf schmeißen. Wirklich? Oh ja, geh noch ein Stückchen noch weiter nach oben. Guck mal. Geh. Na, komm. Nee, nee, mach ich nicht. Geh mal noch ein Stück nach oben. Bitte. Nur ein Stückchen. Was, was ist passiert, Brenton? Deine Familie war sicherlich smart, oder? Wie kam es dazu? Nur stopp. Bitte. Scheuchen Sie mal noch ein Stück. Ich will nicht, ich will dich töten, Lee. Warum? Ist dann verschwendetes Fleisch, ja? Ja, ja, ja. Ach, komm schon. Noch ein Stück? Wirklich? Jawoll. Scheiße. Oh nein. Ähm, ja, mh, nee, berücksicht nicht. Gut gemacht. Oh, oh, äh, Kuh schon wieder, ja, kriege ich hin. Könnte mir vielleicht irgendjemand helfen, das wäre echt nett. Hallo, Leute? Ich kann nix machen. Könnt ihr mal bitte irgendjemand? Das wäre echt richtig, richtig cool. Leute, mir tut der Finger weh. Ähm, nein. Oh, Gott sei Dank. Ha! Und ein hier. Und links. Und links. Und rechts. Und bam. Huch. Okay, ist gut jetzt, Lee. Bitte hören Sie auf. Nein, ich höre jetzt auf. Nein, ich schlage Eddie nicht. Wir sind sauer, aber wir bringen keinen um. Außer es ist Notwehr. Die werden nicht kommen. Guck doch nach. Don't you dare walk away from me, Lee. Tschau. Wir gehen dann mal. Hä? Was? Nee, 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 nee. Nein, wir gehen. Wir gehen. Ja, dann sollten wir vielleicht gehen. Let's go. Du auch, komm. Oh, da kommt Modi auch zum Haus getrabt. Ui, 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 war das ein Abenteuer. Nicht von der guten Sorte. Hey, Lee. I'd say I'm sorry for leaving the motel unattended, but, you know. I'm glad you showed up when you did. If you hadn't taken that shot at Andy, then you might not have gotten out of there. Weren't they really killing people? For food? Yep. Oh, danke. Hä, der wurde doch angeschossen. Du hast diese Gruppe zerstört, du bist kein Held, du hast Larry ermordet. Du hast Larry ermordet. Fuck you man, you're alive because of me. Why didn't you have my back? I saved your wife and King. No, I saved them by making sure Larry didn't kill us. Nee. Ach, jetzt spiel ich ja die beleidigte Mimimi, alles klar. Ja, merke ich mir. Ja, ich denke schon. Hm, was denn? Ach so, ja, stimmt. Nee, muss ich jetzt aber auch nicht haben. Kann unser Grüppchen jetzt nicht mal so einen Tag seine Ruhe haben? Das wäre super lieb. Hallo? Komm raus und schieß dich. Nein. Wir wollen euch helfen? Nee, erstmal gucken, ob überhaupt jemand da ist. Hallo? Nähere dich langsam dem Wagen. Oh, wenn ich muss. Wir trauen uns jetzt da einfach mal hin, aber ganz, ganz leise. Oh, ob hier noch jemand ist. Das könnte eine Falle sein, ne? Die könnten uns einfach verarschen, jetzt hinterrücks überfallen. Was ist das? Biggers. Oh, crap. Baby, du musst das sehen. Es ist ein verdammtes Essen und Herzen hier. Oh, nein. Nein, das könnte jemandem gehören. Das Essen könnte uns alle retten. Nicht alle. Wir sind. Wir sind nicht. Wir wissen, ob diese Leute sind tot. Wenn sie zurückkommen, dann sind wir einfach monster, die aus den Wagen und verhörten ihre Leben. Das ist nicht unser. Dad, wer ist das Auto? Wer ist das? Don't worry about that, Duck. It's ours now. It's abandoned, Duckie. Don't worry. What if it's not? What if it's not abandoned? What if it is someone's? Wir müssen das mitnehmen oder du hast recht? Nee, ich glaube auch, dass wir das nicht einfach nehmen sollten. Nee, machen wir nicht. Ich will nichts davon, wir werden auch überleben ohne das. Genau. Na toll. Ganz toll. Nee, damit bin ich gerade ganz so gar nicht einverstanden. Willst du? Nein, sie will nicht. She's good. Thanks. Whatever, man. It's gonna get cold out eventually. Hey, there were some batteries in one of those boxes. I thought they might work in your camcorder. Here, you can have some too. For your walkie talkie. Batteries, huh? Think you can handle those? Haha. You're not gonna let me live that down, are you? Nein. Oh, God. Lee, you're gonna want to see this. Ah, weiß ich nicht. Wirklich? Oh, shit. Was denn? Zeig! Die Schweine haben uns beobachtet. Ja, natürlich. Die Schweine haben uns beobachtet. Ja, natürlich. Okay. Oh, darling, baby. Look at you. Look. At you. Oh, you need a mama, sweetheart. We won't let them bandits get you, will we? No. Okay. What is your hat? I don't know. Can you help me find it? Sure. When did you lose it? I had it a couple days ago. I promise. You're all thinking you're safe. Sitting there acting like things are the way they used to be. The dead don't kill their own. It's a living you gotta be afraid of. The people I used to call friends. People. You too. Don't worry, little girl. And it's got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. I promise. Das war's schon? Nächstes Mal? Okay. Yeah, yeah, yeah. Oh je. Ganz viel Drama wieder. Der lange Weg. Oh, ich freue mich. Ich bin gespannt. Was haben wir denn jetzt noch? Retter. David das Bein abgehackt. Haben auch nur 43% gemacht. Jolene erschossen. 60% haben zugehört, bevor Danny sie erschossen hat. Ja. Gut. Die Hälfte hat geholfen, Larry zu töten. Nee, nee. Da stehe ich dazu, dass wir das nicht gemacht haben. Beide St. John-Brüder umgebracht. 61% haben nicht beide Brüder getötet. Okay, nice. Und 48% haben keine Vorräte mitgenommen. Ihr seid ja alles kleine Diebe da draußen. Das ist aber frech. Ich kann's ein bisschen verstehen. Wir brauchten das schon, ja. Aber was ist, wenn das uns passiert wäre? Wir hätten genau so eine Gruppe mit einem Auto sein können, wo alle unsere Vorräte drin sind. Wir gehen mal 5 Minuten weg. Keine Ahnung, weil Clementine pinkeln muss oder so. Ich weiß es nicht. Komm zurück, zack, alles weg. Also, nee. Nee, da stehe ich auch zu, dass wir das nicht genommen haben. Ja, dann haben wir jetzt hier noch ein paar Credits. Da würde ich aber sagen, dass wir uns die nicht unbedingt zu Ende angucken müssen. Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal in Episode 3. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal in Episode 3.